Hi, ich bin Saki. Und heute wird gekocht. Hi, ich bin Saki. Willkommen zu einer neuen Folge von Sakis Küche. Ja, wir haben Anfang Juni und das ist genau die Zeit, wo der schwarze Holunder anfängt zu blühen. Und aus diesen toll duftenden Blüten... Geil! Da kann man richtig viele tolle Sachen machen. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht, wo ich gezeigt habe, wie ich die Holunderblüten in einem Teig ausgebacken habe, mit Zimt und Zucker bestreut und wie ich auch eine Holundermilch gemacht habe. Und diesmal habe ich wieder ein schönes, einfaches Rezept für euch, aber mit einer Leckergarantie. Diesmal möchte ich mir Holunderblüten-Sirup machen. Eine ganz leckere Sache, die man auch zu ganz, ganz vielen Sachen dazugeben kann, die eine prima Geschmacksgrundlage für viele Getränke zum Beispiel ist. Einfach toll. Ich freue mich schon wieder richtig drauf. Es ist schon eine Weile her, dass ich Holunderblüten-Sirup gemacht habe. Wenn ihr den auch machen wollt, dann solltet ihr Blüten nehmen, die relativ frisch angefangen haben zu blühen. Wir wollen das volle Aroma der Blüte in den Sirup haben und dementsprechend immer die Blüten nehmen, die gerade frisch erschienen sind, die noch richtig intensiv duften. Ich möchte mir ungefähr so eine große Flasche von dem Holunderblüten-Sirup machen und noch so einen kleinen Rest zum Direktverköstigen. Und dafür sammle ich mir jetzt ungefähr zehn von den ganz großen Dolden. Solche hier. So, meine Box ist fast voll hier. Ich habe ein paar mehr als zehn gesammelt, weil ich nicht nur in die ganz großen drangekommen bin. Ich habe jetzt wahrscheinlich eher so 20 mittelgroße. Ich habe die Blüten ganz vorsichtig abgezupft, damit ich nicht so viele von den Pollen verliere, denn da sind die Geschmacks, die Aromastoffe mit drin. Das soll alles mit in den Sirup. Okay, Deckel drauf, ab nach Hause. Ja, wir kommen einmal mehr in meiner Küche. Wow, die haben einen Duft, das ist unglaublich. Wahnsinn. Okay, die nächsten Schritte sind jetzt folgende. Als erstes werden die Blüten etwas gereinigt, damit die ganzen kleinen Käferchen nicht mehr da drin sind. Das ist ganz normal. In so Blütendeuten sitzen immer mal so kleine Käferchen. Und dann wird das Ganze angesetzt, denn den eigentlichen Sirup, den können wir erst morgen kochen. Die Blüten müssen in der Flüssigkeit für den Sirup 24 Stunden ziehen, damit die Aromastoffe auch in die Flüssigkeit übergehen. Das ist ganz, ganz wichtig, sonst haben wir da keinen vernünftigen Geschmack drin. Gut, als erstes reinigen. Am besten nicht unter fließendem Wasser abwaschen, weil dann gehen eine Menge von diesen tollen Aromastoffen verloren. Ich mache das folgendermaßen. Ich lege die jetzt einfach in mein Waschbecken rein. Und dann schüttle ich die nur so ganz, ganz leicht aus und lege sie auch ein bisschen auseinander. Und dann kann man nach einer Weile feststellen, wie die Käferchen überall so ein bisschen wegkrabbeln, weil die jetzt keine Lust mehr haben, in den Blüten zu sitzen. Und dann werde ich sie noch so ein ganz klein bisschen ausschütteln anschließend, ein bisschen kontrollieren, ob noch irgendwas drin sitzt. Und das reicht mir dann aus. So, hier sind jetzt meine Blüten. Darüber gebe ich jetzt einen Liter Wasser, kaltes Wasser. Und 100 Milliliter Zitronensaft. Das kann frisch gepresster Zitronensaft sein oder Konzentrat aus dem Laden, was auch immer dir gerade zur Verfügung steht. So, ich gebe jetzt noch einen Deckel drauf, damit da nichts reinfällt. Und dann stelle ich das jetzt in den Kühlschrank. Man kann es auch irgendwo in den Keller stellen oder sonst in einen kühleren Raum, gerade jetzt, wo es draußen wärmer ist. Es soll ja nicht gären oder so. Und dann lassen wir es 24 Stunden lang ziehen. Und morgen machen wir dann Sirup draus. Wir sehen uns morgen. Willkommen zurück. Der zweite Teil beginnt. Jetzt können wir den Holunderblütensirup fertig machen. Meine Blütendeuten haben jetzt ungefähr 24 Stunden in diesem Wasser gelegen mit der Zitrone. Und das Ergebnis ist schon toll. Wenn man daran riecht, das ist unbeschreiblich traumhaft. Es riecht blumig, fruchtig, frisch. Ganz, ganz toll. Die Aromastoffe sind jetzt in das Wasser übergegangen. Wenn man jetzt mal so probiert, das schmeckt allerdings eher sauer von der Zitrone. Aber diese Aromastoffe, die werden ganz, ganz deutlich später dann in dem Sirup sein, wenn wir das Ganze dann mit Zucker verkocht haben. Bevor wir das machen, müssen wir das Ganze jetzt abseihen. Das heißt, ich will die Feststoffe möglichst aus dem Wasser entfernen. Und dazu kann ich es entweder durch ein ganz normales Sieb geben oder ich will es noch ein bisschen feiner machen. Ich werde in das Sieb jetzt noch ein Geschirrhandtuch legen, was ich vorher ganz gründlich auswasche, damit da keine Reststoffe irgendwie vom Waschmittel oder sowas drin sind. Und da gebe ich das Ganze dann durch. Und aus der Flüssigkeit kochen wir dann im nächsten Schritt unseren Sirup. Auf geht's! Ein ganz einfaches Sirup-Rezept ist es, dass man Wasser und Zucker zu gleichen Teilen vermischt. Also eins zu eins. Wir haben gestern die Blütendollen mit einem Liter Wasser übergossen und das bedeutet, dass ich das Ganze jetzt mit einem Kilo Zucker aufkochen werde. Ein Kilo Zucker, das sieht ganz schön viel aus, gerade wenn man sich das bisschen Flüssigkeit anschaut, aber das Ganze soll ja ein Sirup werden. Und deswegen dieses Mischungsverhältnis. Das Ganze gut durchrühren, damit sich der Zucker löst. Und das Ganze lasse ich jetzt etwa vier bis fünf Minuten gut durchkochen. So, und nach der Kochzeit fühle ich das Ganze noch heiß direkt in eine Flasche ab. Und die dann auch direkt verschließen. Traumhaft! Das ist unbeschreiblich! Das schmeckt so lecker! Wer das nicht ausprobiert, ist selber schuld. Ganz, ganz toll! Wie gesagt, ich habe das Ganze jetzt heiß in eine Flasche abgefüllt. Das lasse ich jetzt ganz in Ruhe bei normaler Zimmertemperatur runterkühlen. Und dann lagere ich es irgendwo kühl, zum Beispiel in einem Keller oder so. Und in diesem Zustand ist das problemlos ein Jahr haltbar. Ich habe noch ein bisschen Rest in meinem Topf. Das nehme ich direkt zum Verwenden. Das fülle ich gar nicht jetzt besonders dicht verschlossen ab. Das kommt einfach in den Kühlschrank. Das wird wahrscheinlich heute noch weg sein. So wie ich uns kenne. Wenn du eine längere Haltbarkeit haben möchtest, dann solltest du den Zitronensaft durch Zitronensäure ersetzen. Das ist ein Pulver, das du zum Beispiel in der Apotheke kaufen kannst. Aber es gibt es auch ein ganz klein bisschen teurer dann meistens aber in Supermärkten in Pulverform. Für dieses Rezept, ein Liter Wasser, ein Kilo Zucker, würde ich sagen etwa 50 Gramm von dieser Zitronensäure. Ja, dieser Holunderblütensirup ist für alle möglichen Sachen zu verwenden. Richtig, richtig lecker. Man muss das ein bisschen ausprobieren für ganz viele Getränke. Jetzt gerade im Sommer, wo es sehr sehr heiß ist, schmeckt es perfekt. So ein Schuss einfach in kaltes Mineralwasser gegeben. Super Durstlöscher, ganz ganz lecker. Für die Erwachsenen, sage ich mal, auch eine ganz tolle Geschichte. So einen kleinen Schuss in Sekt rein oder auch richtig gut einen einfachen Weißwein. Da einen ordentlichen Schuss von rein und dann eisgekühlt trinken. Am besten mit ein paar Eiswürfeln oder sowas. Super lecker, wenn man abends vielleicht im Garten sitzt. Ganz ganz tolle Geschichte. Ansonsten natürlich auch zum Kochen zu verwenden. Wenn man zum Beispiel irgendwelche Bratensoßen macht, vielleicht sogar Wildgerichte. Da so einen Schuss am Schluss in die Soße rein für diese pikante Note. Richtig, richtig lecker. Oder verwendet es zum Kuchenbacken. Vielleicht so ein bisschen über eine Süßspeise gegeben bei Eis. Also ganz ganz viele Sachen einfach ein bisschen der Fantasie freien Lauf lassen. Ist eine sehr sehr leckere Geschichte. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ich finde diesen Holunderblüten Sirup traumhaft. Er ist wirklich lecker. Ich kann nur empfehlen, probiert es aus. Ihr werdet begeistert sein. Allein das Kochen macht Spaß, weil die ganze Küche nach Holunderblüten duftet. Ganz ganz toll. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.